es die Hälfte der Gäste ich möchte immer noch dass wir die Zeit seit meiner Gesellschaft wird es ist doch nicht die Städte 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 ein Wälder werden wenn sie doch davon der Füße nicht das gut in die erste Teil der jetzt nur keine Ahnung. Hör auf, Mr. Pen. Ich hab auch ein bisschen. Nee, ich mach jetzt einfach alle. Gib meinen Burgen her, Mr. Pen. Ja, okay, ich packe in einer Kiste. Wirst du Cindy4118 geschrieben? Okay. Ja. Ja, wird sie. Cindy4118. 4118 wird aber ausgesprochen. So, dann, ähm, ja, no. Also ich wusste ja schon sagen, ich bin jetzt mal ein Name. Soll ich mal meinen Namen, soll ich, ähm, soll ich was schreiben, sonst wisst ihr was, wie ich heiße? Warte kurz, äh, jetzt sch... Über so ein Chat. Leute, schreibt mal alle eure, also schreibt einfach einen Punkt oder, äh, keine Ahnung. Nicht die, die schon auf der Wand sind. Äh, ja, weiß ich auch, ob... Ja. Äh, Lukas, kannst du noch mal schreiben? Oh, Mann! Okay. Ähm, wie hieß der noch mal? Julius, oder wie hieß der noch mal? Wie hieß der noch mal? Ja. Ja, wie wird das geschrieben? Groß und klein. Ähm, das J war groß. Ja, und das AX beides, soweit ich weiß auch. Ja. Ja. Julius, AX, beides, also das AX wieder dann großgezogen. So, fehlt jemand, ähm... Ja, ich hab ein Küken, da... 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 Ja, Kevin hat nicht... Mitgemacht noch. Äh... Äh... Ne. Glaub nicht. Wie sorgt es der Angler? So... Ja, sorgt es, wie viele Fischer hast du denn jetzt? Boi. Wie viele? Wie viele? Wieso nur zwei? Wie gibst du dir wieder... Äh... Oder, hä? Tust du dir in den Ofen, oder... Hä? Kommst du schon hier? Was ist Müll? Das soll hier so eine Spawn-Area werden, wo... Äh... Äh... Achso, ich geh... Mach nicht. Soll wir hier eine Monster-Falle bauen? Und wenn man... Nein, keine Monster-Falle. Äh... Einfach nur ne... Ja, geht einfach nur ne Ebene, wo... Also keine Ebene. Jetzt bin ich wieder in die falsche Richtung dran. Ich wollte mal hier hinten Sand abbauen. Aber bauen schön da... Wie wollt ihr denn die Monster-Falle bauen? Das wird keine Monster-Falle, sondern das wird einfach nur... Keine Ahnung. Ja, mach ich auch aus, weil sonst hab ich weniger EFS. Ja, dann... Der Boden, aus was soll er bestehen? Das wird kämpft... Das ist Steinboden, hier im Werke. Okay, da mach ich doch mal. Ähm... Irgendjemand hat da sein Mikrofon wieder. Aua, der hat mich geschlagen. So... Sorge es? Ne... Leck, 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 leck. Achso, ähm... Ja, ne, egal. Das ist so, ich... Ähm... Okay, drei müsste reichen. Der ist tot, ähm... Luke, oder wie so heißt. Denkst du ich nicht? Och, wieso macht mein Bruder die Tür nicht zu? Ah, ich hab zwei Herzen. Das kenn ich. Fass ihn doch. Richtig nervig. Willkommen in mein Club. Ich hab nur ne Schwester, kein Boot. So, ich mach mal kurz hier das... Die Spitzsacke kaputt. So. Die mach ich dann auch noch kaputt. So. Willst du mit dem Boot fahren? Ich hab hier ein Boot grad noch. Nein. Doch. Ich hab hier ein Boot. Guck. Ich hab hier ein Boot. Tut tut. Fährst einfach vor der Nase die ganze Zeit hin und her jetzt. Und ich hab den Fisch gekriegt, als ich die überstehste hab. Äh... Hast du eine, ähm... Schaufel? Hier, das ist dein Fisch. Ich hab ne... Alter, wohl. Nein. Egal. Ich hab nämlich auch Stein mitgebracht. Leider nicht. Falls, äh... Dieses Gravel da... Oder so. Falls wir auch Erze finden und so. Und so... Erze zum Beispiel, seh ich ja... Und so und so und so und so. Gleich bestimmt. Sehr, sehr lange. Wie lange nehmen wir schon auf? Weiß das so ungefähr einer? Ja. Ja. Also wir produzieren momentan im Voraus. Sehr im Voraus. Nur eigentlich zu stauern. Ein bisschen. Ja, da ich 15 Minuten Platz mache, ja. Ja, aber das guckt keiner. Ja, aber das guckt keiner. Wir haben eine halbe Stunde. Ich. 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 Ich hab schon. Ich hab schon wieder geguckt. Ich hab schon wieder geguckt. Das ging... 30... Ey, ich hab nehm 30 Stunden. Ich hab nehm 30 Minuten. Und ich hab... Ja, aber wenn das jede... Jeden Tag mit 2 Stunden Video kommt. Ja, aber das guckt keiner an. Als spezial zum Beispiel geht das natürlich, aber... Ich hab nehm Ticket. Aber ich kann das ja so machen, dass jeden... Ich hab trotzdem nehm Ticket. Ja, hätte ich ne gute Grafik hat. Ja, hätte ich ne gute Grafik hat. Du könntest ja vielleicht... Ja, das mache ich so. Mal vielleicht ein Livestream machen. Also schreibt... Schreibt in die Kommentare, ob ihr... Live-Stream. Und dann einfach das neue Erkennen. Da haben alle so viele Leute... Ja... Ja... Na eben... Ich würde jetzt... Sie müssen alle noch kontrollierbar sein, weil... Am Ende kommt eben so ne Scheiße raus. Dazu hast du ja dann geknackt. Bringt zwar sehr wenig... Oh mein Gott, ich seh grad so vorher sollen, dass ich auch jetzt hätte ich einen Heiligenschein. Echt? Ja, das kann nur... Die Monster-Fall-Fahren muss ja riesig sein, ey. Nein, musst du nicht. Du boah... Klatsch jetzt einfach hier davor, dann... So, Lukas, wenn du noch mal... Steine und dann spawnen da schon mal... Ja, na klar. Ja, na klar. Ich würde das nicht offen lassen, Hosono. Pistons. Weil sonst spawnt nix immer. Ja, wenn wir irgendwann mal... Ja, würde ich momentan noch nicht machen. Sünden. Oder angeln. Ja, irgendwann mal dann. So. Meinerseits bin ich fertig. Wäre cool, wenn es abgedeckt wurde. Aber hier lustig. Ja, leider. Oh! Ich hab schon wieder... Aber gibt's ja nicht. Oh! Schon wieder, so! Oh! Extreme, Lex! Hilfe! Ja, Sorkas hat einen Film! Ja, dann gib das doch ab, damit wir das brennen können. Ich hab nur drei Lachse. Ich hab auch... Ich hab auch einen Lachs... Ne, 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 ne! Ich hab auch einen Lachs zum Brennen gebracht schon. Wer Hunger hat... Äh, wer Hunger hat schließen Kuchen. Den hab ich Sorgis geklaut, den Lachsen. Bin mit dem Boot langgefahren, als er sich nur eingeholt hat. Ja, weil die wissen, dass du ein total witziger Mensch bist. Fertig. Jetzt kann ich ja laufen. Das Gras soll wachsen, ey. Nein, nicht mit Cobislam. Ich baue das Milch. Ich hab zwei... Nein, ich hab zwei Sand hier. Mit Erde. Ja, gehen wir da rein? Oh, no! Oh, go! Aber man muss den Eingang auch so machen, dass man auch weiß, dass es ein Eingang ist. Ja! Ja! Aber ich hab voll wenig Essen. Die Kuchen sind aufweg. Also ich mach jetzt erstmal nicht ihren Weg. Ähm... Jack, holst du dann Holz? Äh, dann nehm ich nämlich ne Schaufel und... Du... Ja, ich hol Holz. Äh, ich nicht. Wer ist auf den Feldern rumgesprungen? Immer der, der fragt. Ich auch nicht. 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 Hacke müsste in der... Mach das Feldheile. Mach das Feldheile. Mach das Feldheile. Wahrscheinlich, weil es irgendjemand... Die Sushi-Kraft ist halt irgendwie... Gewöhnungsbedürftig, wenn man so ist. Gewöhnungsbedürftig, wenn man so ist. Ja... Mann. Ah... Wieso kann ich das Feld hier nicht? Ja. Da ist ein Skelett. Dann ist das... Dann ist das... Keine Ahnung. Dann kann das eine Feld nicht hier... Zum Feld machen. Ähm, mach nicht hin. Die anderen konnte ich. Mach du mal. So, jetzt haben wir richtig viele Kühe. Bei den... Keine Ahnung was. Ich bin bei den... Ich bin bei den... Keine Ahnung was. Ich bin bei den... Ich bin bei den... Ich bin bei den... Ich bin bei den... Sandstein ist in der Blockpiste. Sand ist auch in der Blockpiste. Aber... Sand... Nicht bitte zu Sandstein machen. Ja. Nein... Ich mach das so. Nimm nur den Sandstein für das Dach. Hä? Äh... Aus Akazien. Mit was wollen wir das bauen? Die Brücke? Aus welchem Holz? Die Wege sind ja auch aus Akazien. Die Wege sind ja auch aus Akazien. Weil sie hier hinten hauptsächlich Akazie angebaut werden. Weil momentan wird hier keine Ahnung was einem gibt. So... Ja, du lecks. Serverleck. Und du auch. Okay. 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 Muskelech auf. Dann... Ich mach glaube ich auch ein... Ich mach glaube ich auch ein... Aufnahme. Cut. Weil sonst haben wir zu viele Aufnahmen. Das wär auch nicht schön. So Jack. Dann... Äh... Einfach hier so. Und so. Dann passt hier. Äh... Ey! Da angelt Lukas einfach mal durch das Haus durch und durch mich auch durch. Was? An demnächst hängen bleiben. So... Boah, ich kann kaum Lauf. Wenn ich das machen würde, würde ich auch... Ich brauche es nicht. Ja, so, so, so. Essen! Oh! Ja, ich hab dir da was hingeworfen, aber nein! Äh... Pflanzen. Nein! Was drauf ist da? Arrows genau so! Ja. Mr. Pan großen. Aha! Das hat kein Aero. Das ist ein Aero. Das ist ein Aero. Das ist ein Aero. Wo kommt jetzt ein Aero? Wo kommt jetzt ein Aero? Ja, das ist schon fast haltisch. Die ist schon fast haltisch. Die ist schon gebaut. Und die... Wir haben jetzt vier Eier. Oh, also noch in Betriffen. Vier Eier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da Kuchen... Nein, Kuchen. Doch Kuchen zum Essen bauen einfach. Wo ist die? Äh... Äh... Jack Maasler-Standard die, äh... Dingsler. Ich hab jetzt... Ähm... Die Brücke kann nicht... Ich hab noch Knochen mit. Ja klar. Aber ich... Ich hab... Hab ich... Nein. Ich hab nur Oakwood. Wer hat hier so viel Oakwood angeplant? Ich nicht. Das war ganz hinten. Das war ich. Das brauch ich nämlich für die Hütte. Dann erreichen wir so... Welche Hütte? Wenn Jack fertig ist. Wenn ich die... Äh... Ich hab hier noch Knochenweger. Ich hab hier noch Knochenweger. Ich hab hier noch Knochenweger. Was ist? Das ist noch Spawn Protection. Ach so, deswegen. Warum hier an der Ecke? Äh... Hier. Äh... Was ist grad explodiert? Aua. Ja, pflanzen kann ich trotzdem nicht. Ach so, es ist ja aus, oder? Mach dich wieder schön. Ja, ne, 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 ich hab bitte abbauen. Das ist die. Weiße. Ich geh mal wieder raus. Ich glaub, von mir ist irgendwas explodiert. Ich hab ein Creeper. Ne, ähm... Lukas, hast du einen Spitzacker? Dann komm mal mit. Dann bauen wir mal... Oh. Ja. Jetzt hab ich wieder null FPS. So. Weiße. Wir bauen mal hier ein bisschen weiter. Ich hab da mal Freunde mitgebracht. Ich verfolgt euch nicht. Äh... Schon okay. Aha. Bau... Bau einfach hier tiefer wei... ...tiefer. Aber von der anderen Seite einfach. Ist das hier hell. So, wir haben hier die Akazie. Oh, so ist es wieder hell. Ich hab mir einer hell. Ich hab mir einer hell. Ich bin gestorben und hab keine Sachen mehr. So, ähm... Ach so, ich mach mal kurz das hier bisschen heller. Okay, das ist so geil. Weil sonst ist es ja auf YouTube so extrem dunkel, hab ich ja gesehen. Ja, das ist YouTube angekommen. Äh... So, dann... Machen wir mal weiter. Ähm... Das Feld ist... Ich würd mal sagen, wenn wir die Monsterfalle mit, äh... Mit dem Weg bestückt haben, äh... Machen wir einen, äh... Cut und morgen oder übermorgen... Nehmen wir wieder auf. Weil, äh... Sonst komm ich gar nicht mehr mit. Mit den Renten und... Ja. Okay. Und so, nur kommst mal in die Hütte gucken. Ich hab die fertig gebaut. Ja, dann Lukas, dann ist das die letzte Reihe. Hast du treu gemacht, Cindy? Nein. Ähm... Pack der Server ein bisschen rum, gerade. Äh... So. Nein. Jack. Ähm... Hä? Hallo, Jack, dein Freund ist hier. Jack, dein Freund. Warte, ich helfe dir bitte. Lass Jack in Ruhe. Jack, Freund. Wo ist denn? So, ist ein Kürbis da? Ne, ein Kürbis ist da. Ja. Bin wieder da. Hast du toll gemacht. Was? Da soll man jetzt für Monstercom sein und dann war's fertig mit der Flamme und heute. So. Achso. Ja, ich kann mich nicht aufhalten. Das ist viel zu viel sonst. So, Cindy. Nice, nice. Ich brauch noch ne Workbench. Hallo. Ein Held. Nienste. Ich könnte so ein Plugin holen, da kann man sich dann hinsetzen. Zum Angeln. Ich könnte so ein Plugin holen, da kann man sich dann hinsetzen. Das ist cool. Ja, was heißt das Plugin? Ich würd den Server aber nicht mit zu viel sinnlosen Plugins zumüllen. Ja, sinnlos, das kommt. Weil sonst wird's schon. Weil sonst ist ja. Ja, komm, aber sowas zum Hinsetzen ist wirklich jetzt nicht so. Das ist cool, aber ist das lustig, wenn man sich da hinsetzen kann? Nein. Im Let's Play. Nein. Scheiße, scheiße. So. Nein. Oh, ich hab noch ganz viele Eier. Schafon, da brauchst du eine Trappe da draußen und setz dich einfach mal so auf die Trappe. Ich geh da mal rein. Ich werd sterben. Mal wieder. Ähm, ich bin, ich war, ich war ja grad aus dem Server draußen, weil ich Verbindungsprobleme hatte. So. Ist schlecht, das solltest du vor allem immer sagen. Ja, nein, mein Bruder, mein Bruder hat irgendwas gemacht und dann war es sofort aus. Ich baue vorne noch beim Steg so eine kleine Kiste hin mit ein paar Angeln drin. Hä, warum kann jemand linksweg die Kiste nicht mehr so ziehen? Ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Kann niemanden spawnprotection. Die mach ich mal auf Null. Ja, oder auf eins ist doch. Eins. Wir haben zwei Pferden. Haben wir Pferden? So, Jack, bist du fertig? Fertig. So, Leute, dann tut alles, was ihr im Inventer habt, in die Kiste. Ja, aber Eier nicht werfen, sondern in die Kiste rein tun. Wir haben dann acht Eier. Ja, okay. Zu spät. So. So. Also. Ja, dann würde ich mal sagen, mit der Aufnahme. Ich mach mal die Aufnahme. Tschüss. Warte. Ja. Meine Aufnahme. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video mit paar Leuten hier. Mit MoxLP, Lukas, Shorty, Jojo und Jack. Ja, das mussten die alle sein. Und ja. Lass uns weiter machen. Wo waren wir eigentlich stehen? Achso. Ähm. MoxLP, du bist noch nicht hier eingetragen. Ich auch noch nicht. Trag... Tragt euch mal hier ein. Hallo oder? Wir wollten noch hier die Mob-Farm weiterbauen, ne? Ach, die Mob-Farm. Ja, das war das Ding. Ja, die Leute, die hier neu sind, äh, tragt euch mal ein mit diesem Befehl. Dann edit. Ähm. Dann die Zeile. Das heißt, ähm. 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 Ja. Ich weiß nicht, wie dein Name gespielt. Okay. So zum Beispiel. 1 bedeutet die Zeile 1. Okay. Ähm. Shorty, du bist 1. Mox, du bist 2. Und Juju, du bist 3. Okay. Also... Also gib... Du gibst... Also, äh... Juju, du gibst zum Beispiel... Das ein. Ähm. Ich hätte das einfach mit Autocomplete machen können. Ich hab keine Permission. Ich hab keine Permission. Du kannst ja gar nichts machen. Dann muss ich das für euch machen. Jaja. Wir haben keine Permission. Ja, das ist... Ah, Kuiper, 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 Kuiper! Ah, Hilfe! Deck! Brauchst du ein Eisenpferd? Ja, ich muss es leider machen. Leider. Ja. Okay, dann, ähm... Ja, wir haben ein paar Projekte gerade. Äh, das eine Projekt war... Ich hab kein Essen. Ähm... Ja, Fischen. Ein paar Leute sind Fischen gegangen, um Essen zu besorgen. Hier vorne. Oder da vorne. Also am Hafen. Und andere Leute haben die Monster Farm gebaut. Also teilt euch mal auf und... Ja, für die neuen meinte ich jetzt. Ich bin Monster Farm. Geh fischen. Ich geh fischen. Ich auch. Ich hab ne Armel. Ja, äh, bitte entfernt euch nicht von mir. Also bleibt hier bitte am Land erst mal. Also wenn wir irgendwie... Was großes planen. Also zum Beispiel Mining oder so. Was großes planen. Dann... Machen wir das mal alle zusammen. Dürfen wir auch mit... Ja, ein bisschen, aber du... Du sollst nicht weit rausfahren. Weil das will ich nachher irgendwie so Insel erkunden und so. Das ist voll lustig, glaub ich. So neue... Nein, nein, wenn du dir isst, bist du tot. Also wahrscheinlich tot. Also wahrscheinlich tot. Ist hier geplant, dass das komplett rumgeht oder soll ich vielleicht hier frei bleiben von Zuckerrohr? Äh, nein, da vorne ist die Beach. Da vorne ist die Beach, deswegen eben nicht. Ähm, Knochenmehl, ähm. Ähm... Ah, wir haben ein bisschen Knochenmehl. Damit können... Oh, lol. Ich hab schon wieder null FPS. Was ist das immer? Da hab ich auf einmal null FPS... Plötzliche. Hä? Boah, äh, okay. Ne, das ist ja eine Verwirrung. Hör auf! Hör auf! Ich hab keine Bummabfall mehr. Ich hab keine Bummabfall mehr. Ich hab jetzt verrottendes Fleisch gegessen. Äh, ja, wir... Ja, ja, wir machen das gerade, wir machen das gerade. Kein Problem. Ich hab keine mehr. Ja. Die Farmer... Ah! Okay! Ein Tipp, wenn ihr das mit dem Zaubertür spielt, sowieso etwas noch länger dauern. Ach, ich hab Fisch. Also, momentan rentiert sich sowieso noch nicht, auf XB zu achten. Und hier sind voll viele... Was geht? Ja, aber kein Fass ist, äh, rübergewachsen. Cool. Ähm, Jojo, äh, dann nimm mal deinen Weizen und verfütter die mal. Mach kein Brot. Okay. Hab ich schon. Okay, ich habe, ähm... Ach so, ich hab den Bogen. Ach so, ich hab den Bogen. Ach so, egal. Was los? Was ist denn los? So. Eier, 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 Eier. Drei Eier hab ich gefunden. Sollen wir daraus Kuchen? Ne, wir haben ja den Kuchen-Ding hier, ne? Da ist ein Kürbis gewachsen, Leute. An der Kuhfarm ist, äh, Kürbis gewachsen. Ich hol den. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den holen kann. Ne. Ja, du, du hast den ja. Ich hab, ich hab nämlich keinen, äh... Ah, Leute, Leute, Leute. Die hier, die, die fischen gehen. Ähm, einer muss zu mir kommen. Leute? Okay, schau dir, komm mal her. Sie, siehst du mich? Äh, komm mal hier hin. Äh, komm mal hier hin. Äh. Und, äh, Jack, komm mal du auch hin. Äh, ja. Äh, ja. Ja, ich wollte jetzt gerade noch... Egal. Ja. Ja. Ja, ja, ihr sollt nicht hier alle hinkommen. Leuchttung. Äh, Boxe, du kannst weiter, äh, fischen. Aber du kannst auch mitbauen, wenn du willst. Also... Irgendjemand wollte noch... Komm, wir bauen alles. Ich tu. Ja, Jack, ich bin immer noch beim Angeln. 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 Ich bin immer noch beim Angeln. Mach's ja. Angeln, willst du. Okay. Ähm, Jack und Juju baut, äh, Jack und Schanti baut mal hier irgendwas hin. Hier drauf. Äh, Leuchtturm war ja der, der Plan. Äh, ich hab Sandstein ein bisschen gefarmt. Und, äh, was... Oh, jetzt hab ich schon wieder 0 FPS. Was ist das mit diesem Server? Ähm... Ja. Äh, wollten wir rote Wolle oder Redstone nehmen? Redstone, aber da müssten wir dann fahren gehen. Ich glaub Redstone, aber für Redstone müssen wir erst minen gehen. Und... Ja, eben. Ich würd das... Oh, da, 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 das ne Cake. Ja, der Mann, schlag ich doch nicht immer. Leute, die Leute, die Hunger haben... Ich würd das nicht heute machen. Oder wir können... Junge! Oh, hier ist's schon fast rübergekommen, Leute. Ich bin's gewährst! Ich bin's gewährst! Ich hab nichts bekommen! Ja, weiß ich. Ja, ich weiß, das ist voll gut. Ja, ich weiß jetzt nicht. Sollen wir alle zusammen... Ne, meinen? Ei. Oder sollen wir schon... Na, wir haben kein Essen. Wir haben kein Essen. Ja, eben, das reicht gar nicht. Äh, dann... Dann würde ich... Dann würde ich mal sagen, dass wir alle zusammen... Ähm... Ah, geht gar nicht, glaub ich. Ähm... Ich... Wie macht man nochmal angeln? War das so? Äh... Mit... Seil. Äh... Mit... Ich hab aber noch... Äh... Pfeile und... Äh... Gunpowder... Äh... Kann das jemand machen? Ah, ne, ich weiß... Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Du hast zwei. Ah, ja, so war das. Ja, ich mach, ich mach. Äh... Ich hab zwei Angeln. Ist doch gar nicht so schwer, Rosonen. Und das schaffst du schon. Rosonen, das geht das. Äh... Wer hat hier... Ich hab auch noch eine Angeln. Äh, nicht hier rumstehen. In der Mob-Arena. Hat jemand... Hat... Achso, ne. Cindy hatte, glaub ich, Angeln gemacht. Ähm... Wir müssten dann mal alle angeln gehen. Und dann, äh... Ja, ich mein alle. Damit wir schön für Essen gekommen. Ne, hier ist keine Angel dran. Ich angel schon die ganze Zeit. Ich hab keine Angel. Ne, hier ist... Hier ist kein Angel. Nein, ich weiß wo. Ich hab hier eine Angel. Äh... Haben alle angeln? Wir sind da an der Kiste. Nein, da sind die Boote. Ich hab keine Stimme machen. Ah, äh... Ich hab keine Stimme machen. Ah, äh... Ich hab keine Stimme machen. Ich hab keine Stimme machen. Ah, äh... Wer hat denn jetzt keine Angeln? Äh, kann ich das machen? Machen nur, dass ich lieber angel. Okay, ich habe eine Angel. Also, lasst uns da... Hä? Dann sortiert. Ich... Jeder hat jetzt eine Angel. Okay. Ja, du wolltest ja das machen. Also... Ich hab mich grad selbst sagen. So, so spannend, ne? Aussehe ich. Ja, genau. Sowieso. Mhm. Mhm. Oh, ja. Weil dann sieht man endlich mal, wie viele Queer wir haben. Finde ich auch. Jetzt verscheu ich meine... Nein! Du bist so ein kleiner Idiot. Wie bitte? Guten Tag. Ich hab ne Idee. Ich hab null FPS. Wenn du hier baust... Was ist das? So, Leute. Ich hatte grad ein kleines Aufnahme... Auf... Auf... Aufnahmeproblem. Ähm... Ja. Die Idee war eigentlich, dass ich das Fischen sehr schnell mache. Hab ich auch eigentlich in der Aufnahme gesagt. Aber, äh, war irgendwie nicht aufgenommen oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm... Soll ich das weitermachen? Ja. 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 Ja, ich... Ich mach einfach diese Aufnahme dann. Lol. Äh, Leute. Ich hab ein kleines Problem. Ich muss kurz einen Cut machen. Ich hab nur noch 10 FPS. Warum auch immer. Nein. Ich hasse meinen PC. Wir haben nichts zu essen, also. Ich hasse meinen PC. Gotti, guck mal. Wir müssen SpongeBob rauskriechen. So. Jetzt bin ich wieder da. Und irgendwie... Äh, keine Ahnung, was mit meinem PC los ist. Ähm... Ist gar nicht gut gelaunt. Ähm, egal. Wir machen jetzt einfach das mit diesem Speed-Ding. Ähm... Ich... Ich angle einfach jetzt... Oh, scheiße. Jetzt ist der Fisch weg. Äh... Keine Ahnung. 10 Minuten, 20 Minuten und das mach ich mit 4-facher oder ein bisschen schneller Geschwindigkeit. Also, bis dann, Leute. Tschüss. Bis 10-facher. Ein Tipp. Wenn ihr angelt, ja? Dann angelt bitte nicht und esst gleichzeitig. Ihr könnt locker mit 4 Herzen angeln, aber ihr braucht nicht die Fische, die ihr angelt, direkt wieder veressen. Gotti, mach ihn ab! Mach ihn ab! Mach ihn ab! Mach ihn ab! Gotti, du was gegangen? Ja. Was bin ich? Gotti hat nicht hingeguckt. Ah, Lukas lenkt mich immer ab. Ah! Wer war das? Jetzt Schotti! Ah! Gotti? Schotti? Was denn? Hast du mich grad ins Wasser geschockt? Ich hab gar nix getan. Ich hab' einen Lachs. Ich hab' einen Lachs. Ich hab' einen Lachs, äh, Rohr, Fisch und ein Kugelfisch. Alter, wer schlägt mich? Alter, wer schlägt mich? Oh, die Gange! Alter, lass mich doch auswerfen, Junge, du musst mich auch auswerfen lassen. Oh, Junge! Alter, wer war das? Geh zu spielen! Du schon. Wer schlägt mich nicht ins Wasser? Wer schlägt mich nicht ins Wasser? Wer hat mein Fisch das Kaffee sammelt? Das war ich. Nee, mach ich das am besten. Na, niger. Ja, ich hab' schon wieder einen Fisch. Ich hab' schon insgesamt 10 Fische. Äh, 12. Hä? Ich hab' einen Dach. Hä? Ich hab' einen Dach. Ich hab' einen Dach. Hä? Wow. Jojo, was machst du da? Da wollte ich schwimmen lernen. War Mox. Das war ich nicht! Das war Mox. Schaut, die kann's bezeugen. Lukas war's wirklich nicht. Jetzt hab' ich den Fisch verloren. Au. Bleib unten, Mox. Wegen dir hab' ich den Fisch verloren. Bleib unten! Hi! Komm nicht mehr drauf. Ja, ich hab' einen Fisch. Ich hab' einen Fisch. Ich hab' einen Fisch. Ich hab' einen Fisch. Ich hab' eine Angel. Ja. Halbbarkeit 3, Köder 2, Glück des Meeres 2. Idiot. Gib' mir, gib' mir, gib' mir, gib' mir! Gib' mir die andere Angel, gib' mir die andere Angel. Ich brauch' nur Angel, meine ist kaputt. Okay, warte. Meine ist auch kaputt. Gib' sie mir, gib' sie mir, gib' sie mir, gib' sie mir. Da. Weißt, der hört auf mal. Da. Ähm, wo bist du noch? Bist du da zufälligerweise? Ja. Alter, was muss dann ein Super-Angel hin? Schafe oder Kühe? Was muss die Super-Angel hin? Wenn dann müssen wir die Schafe hin? Nutz die Super-Angel hin? Nutz die Super-Angel-Jo-Jo. Nutz die Super-Angel-Jo-Jo. Ruhig doch. Echt? Die sieht man nicht. Da kommt viele Sachen an. Also viele. Alter. Wenn sie ausgeworfen ist nicht, aber sonst. Gosono, der hat gleich beim ersten Wurfen Fisch bekommen mit seiner Super-Angel. Ich will auch eine. Gib' mir auch eine. Gib' mir auch eine. Jetzt kommt schon wieder einer. Ich seh schon wieder die Blubberbladen. Alter, ey. Ich seh auch einen. Hier kommt nie was. Bei mir auch nicht. Okay. Wir mögen uns nicht. Nein, du stinkst so doll. Glaub ihr, du. Das ist ein Fisch bei dir. Hey, ja. Hey, Charlie hat Fisch. Ja, ich hab' Fisch. Ich hab' Fisch mit Teilbarkeit 3. Ganz toll. Bei mir kommt echt nichts. Geil. So. Äh, nach irgendwo irgendwelchen. Ich hab' zwei Fische. Da ist ein... So. Ich muss jetzt alle Tiere, die noch nicht sortiert sind, dann töten. Aber ich versuche möglichst viele richtig zu sortieren. Da! Schaff, du bist ganz nah an. Da kommt Fisch, da kommt Fisch, da kommt Fisch. Nein. Oh mein Gott, das ist noch viel zu viele Kühe. Deg. Oh nein! Deg. 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 Oh, das war zu früh. Oh. Ja, na und? Ja, und? Ja, und diese... Diese Folge werden wir nicht mehr. Ich glaub' hier versteht das immer ein bisschen falsch. Die alten... Verzahmert dieses Buchstärke 3 effizient 3,4,4,4. Keine Ahnung. Also nicht, wozono gehören denn? Ja, 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 ja. Mann, jetzt hab' ich nicht den Fisch gelungen. Fisch dir kurz an, aber dann wiedergeben. Und? Also deine Polen sind miral, aber noch? Dichā! Basically! Dabei war alles可以. Untertitelung des ZDF, 2020